Wir sind hier mit der süßen Nancy. Wie man sehen kann, sie ist eine französische Bulldog-Hündin. Sie ist superbrav und verträglich. Sie genießt die Spaziergänge, unsere Gesellschaft, die Gesellschaft der anderen Hunden. Sie ist total problemlos und einfach und lieb und angenehm. Ok, Joan, si la vols posar a terra... Nancy! Nancy! Guapa! Ai!